Am 7.07.2024 war mal wieder eine Veranstaltung beim Bayerischen Eisenbahnmuseum. An diesem Tag fuhr 01.180 mit einem Pendelzug nach Gunzenhausen, eher gesagt zweimal. Wir fuhren natürlich am ersten Sonderzug des Tages mit. Hier zu sehen ist die Rangierfahrt vom Museum zu dem Bahnhof Nördlingen. Untertitelung des ZDF, 2020 Fahrgäste für den Zimmern, Auhausen, Kronheim, Unterfahningen. Fahrgäste für Kronheim, Unterfahnen, Auhausen, Unterfahnen. Fahrgäste für Kronheim Fahrgäste für Kronheim Fahrgäste für Kronheim Nachdem wir im Bahnhof Gunzenhausen angekommen waren, musste die Lok umsetzen. Fahrgäste für Kron Seillen Fahrgäste für Kronen Fahrgäste für Kron peque Das war es für mich. Nach der ersten Sonderfahrt ging es auch direkt ins BW zum Versorgen. Nach der ersten Sonderfahrt ging es auch direkt ins BW zum Versorgen. Wieder mal war ein wunderbarer Tag zu Ende. Ich grüße auch den Jürgen Modellbahner-H0. Schaut gerne bei seinem Kanal auch vorbei und lasst bei Ihnen ein Abo da. Danke fürs Zuschauen und ciao.